Viele Leute fragen sich, wie man ein gutes Turnier organisiert. Und ich finde, die Frage ist absolut berechtigt. Weil es ist nicht einfach, ein gutes Turnier zu organisieren. Ohne ein gutes Team, das man in verschiedene Sektoren aufteilen kann, in verschiedene Bereiche, wird man es nicht anerkriegen, ein gutes Turnier zu organisieren. Ein Teil davon sind sicher die Cheatsrichter. Aber ich brauche auch ganz viele Helfer und eine klare Struktur. Mitunter ist heutzutage auch ganz klar ein Software notwendig, ein Software-Team notwendig, wo man da zum Beispiel einen Teil davon sieht. Ohne das ist es fast nicht machbar, sinnvoll alle die Kategorien mit diesen Menschen so zusammenzuführen, dass es funktioniert. Es ist natürlich essentiell, dass die Cheatsrichter wirklich gut ausgebildet werden. Durch das, dass wir einen Weltverband haben, den World Coal School Federation, der von oben nach oben die ganzen Regeln weitergegeben hat und auch eine gute, qualitativ hochwertige Ausbildung garantiert, können wir das auf nationaler Ebene so weitergeben. Das ist einer der Garanten für ein gutes Turnier. Wenn man an so einem Turnier arbeitet, ist es einfach ganz wichtig, dass man gute Cheatsrichter hat und dass man schlussendlich auch gute Zeitnehmer und Listenführer hat. Das heisst, es braucht das, was wir vorhin schon gesehen haben. Wir brauchen gut ausgebildetes Personal, Hilfskräfte, die da mitschafft. Natürlich freiwillig, weil anders wäre es gar nicht möglich. Alle die kleinen Funktionen, nur schon von dem, was dann vielleicht das Getränk an den Tisch bringt, sind sehr wichtig, weil nur so funktioniert das nachher nicht. Man muss auch Pausen einplanen, sodass die Leute die Cheatsrichter, die Hälfte, können zum Beispiel etwas essen, etwas trinken, einen kurzen Snack oder so. Das ist alles sehr wichtig. Ohne das funktioniert das Ganze nicht. So, wir sind jetzt ziemlich am Schluss von diesem Turnier. Und ich würde die Gelegenheit nutzen, allen Helfern, die je geholfen haben, oder vielleicht auch, wenn ihr mal werdet helfen, zu danken. Denn nur dank euch ist das möglich. So, ich muss jetzt aber gleich gehen, damit ich hier die Preisverleihung machen kann. Bis zum nächsten Mal.